ja hallo und herzlich willkommen zurück zu call of duty vanguard im zombie modus und diesmal versuchen wir uns an der karriere dann lasst uns mal teil 1 abschließen ich glaube wir schließen hier die dinge über den normalen modus ab okay gut zu wissen also würde ich sagen gehen wir wieder ein und lassen das spiel beginnen du stehst im goldenen Nun, was? Kraft an Spezialeinheit. Von List nutzt jetzt die Macht von Cordyfex. Sie müssen ihn aufhalten, indem sie seine Barrieren zerstören. Die Dunkelätherwesen aus den Artefakten werden helfen. Wenn ich das mal nicht als Ass auszeichne. Ich bin der Zerstörer, Held der Unterkriege. Lass uns gemeinsam in die Schlacht ziehen. Gewinnen sie dunkle Herzen auf der anderen Seite dieser Portale. Die sind unbezahlbar. Wenn es mehr will, musst du es mir verdienen. Gucken wir mal, was in dieser Dings ist. Gabriel Kraft an die Spezialeinheiten. Sie wissen mittlerweile, dass die Dunkelätherwesen in Ihnen unsere Welt schon einmal besucht haben. Jene, die sie bemerkten, hielten sie fälschlicherweise für geisterte Mordheimen oder Engel. Meine Bezeichnung Dämonen. Die Münzen des Todes sind hier leicht zu finden. Nehmen wir hier rein in den Blitz. Dies ist ein Zermürbungskrieg, meine Verbündeten. Tragen Sie den Kampf zum Feind. Tragen Sie den Kampf zu von List. Töten Sie möglichst viele seiner Truppen. Dein Überfallmuss kurscht jetzt in der Schadenheutz, sage ich heute an. Lass uns schreckliche Dinge tun. Jetzt, meine Soldaten, reißt sie in Stücke. Oh, das ist alles, was meine Jacke zerfetzt. Kopfschuss. Wirkt Wunder gegen Untote. Yo. Wenn es mehr will, musst du es wieder finden. Scheiße, das sieht bei mir so nice aus. Wo haben Sie diese Soldaten gefunden, Kraft? Sie sind besser, als Sie es verdienen. Maximale Munition. Töte beim nächsten Mal. Mehr von Ihnen. Okay, ich glaube, wir haben die Runde geschafft. Jeder Angriff wie dieser bringt uns mehr Zeit. Vielen Dank dafür. Gut gemacht. Aber es gibt noch mehr einzureißen. Ich bin nicht mehr. 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 keine sorge die flieger da wo das herkommt gibt es noch mehr das wird sich als nützlich erweisen mann jetzt schon habe ich vorher voller hier gibt es keine stillen dann gehen wir hier rein und dann mal schauen so nächste runde nächste runde nächstes glück mal schauen die flieger Ja, dann lassen wir mal den Feuerring starten. Oh, süße, süße Raffe! Ja, dann lassen wir mal den Feuerring starten. Das ist mein Revier, Arschloch! Oh! 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 Was ist das? Holy crap dass ich nur eine rübe weglasen kann das behalten ich bin honig mann warum habe ich es jetzt schon wieder nicht geschafft auch 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 So, Ausrüstung. Eigene Modifikation. Okay. Tarnung brauche ich keine Tarnung, Sticker auch nicht. Okay. Okay. Talisman kann ich auch keinen auswählen, aber es ist egal, oder? Nö. Nun kann ich keine auswählen. Okay. Visier. Auch nicht. Im Schaft. Auch nicht. Waffenstufen, wie schalte ich die frei? Komisch. Stichlein, Vollstrecker. Ich bin besser als du. Komm damit klar. Hm. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rein. Und ja. Aber das tun wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dorthin habe ich vielleicht herausgefunden, wie ich meine Waffen anpasse, bzw. wie ich eine Sekundärwaffe hinzufüge oder ähnliches. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.